Wir sind heute hier mit Beate Meinl-Reisinger, der Chefin der NEOS und mit Ihnen machen wir auch den Auftakt unserer Sommergespräche. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Zum Auftakt möchten wir gerne wissen, was erwarten Sie sich vom heutigen Sommergespräch? Also grundsätzlich ein Gespräch über die wesentlichen Themen, die den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen. Ich habe in den letzten Wochen selber Urlaub gemacht, ein bisschen in die Zeitung geschaut und das Gefühl bekommen, dass unsere Regierung vom Kanzler abwärts eigentlich nur noch Schattenboxen macht. Ich bin eigentlich ratlos und zunehmend wütend, dass wir wochenlang darüber diskutieren, was normal ist oder was nicht normal ist, während die Inflation noch immer viel höher ist als in anderen Ländern. Die Wirtschaft in einer Rezession, die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen. Die Herbstlohnrunde steht vor der Tür, der Finanzminister richtet allen aus, aber bitte Zurückhaltung, was aus Sicht der Arbeitgeber verständlich ist, aber es muss ja auch darum gehen, sich wieder was aufbauen zu können. Riesenbaustellen im Gesundheitsbereich, Riesenbaustellen in der Bildung. Und wir haben eine Regierung, die völlige Scheindebatten-Nonsens von sich gibt und eigentlich sich nicht um die Menschen kümmert und die im Stich lässt. Jetzt haben Sie die Löhne angesprochen, viele heiße Eisen, die uns im Herbst erwarten. Jetzt haben wir natürlich auch die Nulllohnrunde. Sie haben es sicher verfolgt, die angesprochen worden ist politisch. Da hat man jetzt gesagt, zumindest auf Bundesebene sei das wichtig für die Spitzenvertreter, dass man da doch nicht die vollen Bezüge dann erhält. Jetzt heißt es von Seiten der FPÖ, von Kickl beispielsweise, dass man das auch für die Länder einführen sollte. Was ist der Irrstand der Dinge zur Nulllohnrunde? Wie sehen Sie das auch bei den Ländern? Also man kann das schon machen. In Zeiten so einer hohen Inflation und vor allem auch der Hinkoller galoppierenden Staatsausgaben, finde ich das völlig fair enough, dass man sagt, dass Politiker bitte Zurückhaltung. Aber was mir fehlt, ist der Plan. Ich meine, der Finanzminister richtet aus, bitte auch Zurückhaltung bei den Löhnen, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aus Sicht der Unternehmer, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, verständlich. Aber er hat es ja selber in der Hand, indem er beispielsweise Lohnnebenkosten senkt. Und gleichzeitig werden die Pensionen um 10 Prozent erhöht. Und ganz ehrlich, das ist in einer Schieflage, gerade auf dem Rücken der arbeitenden Menschen, der Steuerzahler in Österreich, die das alles am Leben erhalten mit ihrem Steuergeld. Ich gönne jeder Pensionistin und jedem Pensionisten was. Aber was ist eigentlich der Plan? Das ist nur noch Populismus und Klientelismus. Und der Herr Kickl ist halt der Oberpopulist. Aber ich habe gesagt, ich will die Landeshauptleute jetzt auch eine Nulllohnrunde machen. Aber das sind auch nicht die wesentlichen Themen, um die es da geht. Da geht es nicht um Milliarden, sondern da geht es um ein paar Netsch im Vergleich dazu. Fair enough, machen wir das. Aber was ist eigentlich der gesamthafte Plan, um die Inflation in den Griff zu bekommen und zu sagen, gerecht die Lasten zu verteilen? Ein anderes heißes Eisen, das ist auch die Situation, Sie haben es angesprochen, die Teuerung natürlich, aber auch die Mietpreise. Für die Kategorie Mieten steigen die jetzt im August wieder um 5,5 Prozent. Jetzt heißt es hier auch von Seiten der Arbeiterkammer, man fordert erneut eine Mietpreisbremse. Wie ist der Ihr Stand der Dinge aktuell? Das Gleiche, was ich schon vor Monaten gesagt habe. Ich habe nicht verstanden, warum die Regierung hier nicht dem Vorschlag von Felbermayr gefolgt ist, also dem Wirtschaftsforscher Felbermayr, der ja mehr oder weniger gesagt hat, naja, man kann nicht komplett bremsen, weil das ist einfach widersinnig, aber man kann es abdämpfen und sozusagen über Jahre strecken mit dem Ziel, die Lasten zu verteilen und vor allem auch mit dem Ziel, damit die Inflationsrate runterzubekommen. Das wäre ein Plan. Diesen Plan gibt es aber nicht in der Regierung, sondern es gibt weiterhin die Gießkanne auf der Seite derer, wo sie quasi ihre Klientel bedienen müssen, aber keinen sinnvollen Plan, wie man wirklich von dieser hohen Inflation runterkommt. Ein anderes großes Thema ist natürlich auch das Wahljahr 2024. Da steht uns viel bevor. Da ist auch die Frage, wie geht es da mit den Neos weiter? Bei den Umfragen zeichnen sich einige Krisen ab. Auch Salzburg war nicht so erfolgreich. Wie sehen Sie das? Was sagen Sie dazu? Also ich weiß nicht, wie Sie Krise definieren, weil in allen Umfragen stehen wir zumindest gleich wie beim letzten Mal, aber eigentlich in den meisten deutlich höher als beim letzten Mal. Damit wären wir eine der wenigen Parteien, die dazugewinnen würden. Also in einer Krise ist die ÖVP, würde ich mal sagen. Und die SPÖ hat jetzt auch Monate der Turbulenzen hinter sich. Salzburg war bitter, aber wir haben 250.000 Wähler in den letzten Jahren dazugewonnen. In Salzburg knapp nicht ganz 7.000 Wähler verloren. Es ist bitter, das ist ein Lehrgeld, das wir zahlen mussten, weil wir in die Regierung gleich gekommen sind. Aufstehen, Krone richten, weitergehen und weiterhin erfolgreich sein. Noch zum Abschluss ein, zwei persönliche Details. Wie haben Sie denn den Sommer bis jetzt verbracht? Wie war es auch im Urlaub? Ja, schön in Österreich, wie immer, in der Steiermark und ich habe das sehr genossen, muss ich sagen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, gerade auch mit meiner Kleinen, die jetzt schon vier ist. Wer sich daran erinnert, ich habe es ja bekommen, wie ich damals mal mit ihr Strolz übernommen habe. Und ich muss sagen, es wird immer angenehmer mit vier, aber es ist eine sehr lustige Zeit, was man schwimmen, wandern, Tennis spielen, kochen, spielen, fernschauen. Auch so die Arbeit im eigenen Garten? Ja, ich habe ein Schneckenproblem und mein Mann hat ein Maulwurfproblem. Also mischt er an die Nacktschnecken mehr in der Maulwurf, der bringt ihn zur Raserei. Aber ich habe Zucchini, recht viel. Also es wird Zucchini-Suppe, Zucchini-Kuchen, Zucchini-Gemüse in jeder Variante geben in den nächsten Wochen. Das klingt auf jeden Fall sehr schmackhaft. Wir bedanken uns und freuen uns natürlich auf das Sommergespräch. Ja, freue mich auch.